Das Schloss Kastelbell ist eine mittelalterliche Burg in der Gemeinde Kastelbell-Chas im Wingau in Südtirol, Italien. Lage Das Schloss befindet sich auf einem Felsvorsprung oberhalb der Etchdalstraße und ist von Westen her über einen Felsrücken zugänglich. Geschichte Schloss Kastelbell wurde von den Herren von Montalban, die als welfisches Adelsgeschlecht zu den Dienstmannen der Grafen von Tirol zählten. Er baut und gelangte nach 1200 in den Besitz der Grafen von Tirol. Die älteste urkundliche Erwähnung stammt von 1238. Ab 1531 war es Pfandlehen der Grafen Händel, die das Schloss zu seiner heutigen Form erweitern ließen. Nach Brennien im 19. Jahrhundert zerfiel das Gebäude zur Ruine. 1956 wurde es vom italienischen Staat erworben und von 1987 bis 1995 umfassend restauriert. Seit 1999 wird es vom Kuratorium Schloss Kastelbell geführt. 2008 übergab es der Staat in das Eigentum des Landes Südtirol. Das Schloss wird für kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen und Konzerte genutzt und ist öffentlich zugänglich. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 16, 17, 19, 20. Untertitelung des ZDF, 2020